Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von SmartHeads Europe, dein Kanal, wenn es um die Themen geht, Job, Geld, Leben, Business. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dem heutigen Video möchte ich mit euch über die Insolvenz- und Pleitewelle sprechen, die Deutschland so langsam erfasst hat. Und was soll ich euch sagen, liebe Freunde, ich habe ja da schon vor Monaten in meiner Prognose, so wird 2024, darauf hingewiesen. Und jetzt ist sie da, die Pleitewelle, sie lässt sich auch im Mainstream nicht mehr verstecken. Doch bevor ich in das wirkliche Video einsteige, ein Hinweis in eigener Sache, dieser Kanal kann nur mit eurer aktiven Hilfe fortgeführt werden. Das heißt, ihr müsst unbedingt unsere Videos teilen und liken. Nur so erfahren wir Wertschätzung für unsere getane Arbeit, als auch den Kanal zu abonnieren. Das hilft uns, auf YouTube zu wachsen und darauf kommt es nämlich an. Und nach einem kurzen Intro bin ich sofort wieder für euch da. Ja, liebe Freunde, ich habe es ja schon angekündigt, dass ich mit meinen Prognosen Gold richtig liege. Und was soll ich euch sagen, in der Gastronomie alleine sind es 48.000 Insolvenzen. Ich habe das schon auf meinem Telegram-Kanal vor ein paar Wochen gepostet. Deswegen sollte es auch unbedingt Mitglied meines Telegram-Kanals werden. Das kostet dich auch keinen Cent, aber dort poste ich immer sofort und sehr schnell wichtige und brisante Informationen. Ja, und jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, wie stark die Insolvenzen jetzt im April 2024 geworden sind. Die Zahl liegt bei 1.367 genau. Und das umfasst Personen und Kapitalgesellschaften. Und das sind sehr, sehr alarmierende Zahlen, weil nämlich die 47% höher liegen, als es jetzt 2023 der Fall war. Ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, um erstmal diese Brisanz, ja, verarbeiten zu können. Und das sieht nicht besser aus, Leute. Wir sehen das ja in den Geschäften, ihr seht das ja auch in eurer Stadt, ja, wo die, in England nennt man das High Streets, ja, wo die Einkaufszentren bzw. die Einkaufsmeilen, die Haupteinkaufsstraßen halt zugepflastert werden mit 1-Euro-Shops, ja, weil die Leute kein Geld mehr haben, weil sie nichts anderes mehr leisten können. Und teure, hochpreisige Shops, die verschwinden einfach, ja, aus dem Straßenbild. Das ist sehr schade, aber wie gesagt, der Markt passt sich natürlich auch der Kaufkraft an und die Kaufkraft sinkt. Und wenn wir die ganzen Puzzlesteine, die wir haben, mal zusammensetzen, dann sehen wir, dass Deutschland auf dem absteigenden Ast ist. Ich habe ja auch nochmal einen Artikel aus der Welt für euch. Da wird drin gepostet, dass UK aus dem Schlimmsten raus ist, dass die Rezession ja vorbei ist in UK, dass es wieder bombastisch nach oben geht, ja. Und das ist ja in anderen Ländern ja auch so. Also kein Land hat so ein schwaches Wirtschaftswachstum bzw. eine Rezession wie Deutschland, ja. Ja, also deswegen sage ich immer, wer jetzt nicht den Fallschirm öffnet, ja, der wird nicht sanft landen. Der wird einen harten Aufschlag haben. Viele Leute verdienen es ja auch nicht anders, ja. Ich habe das schon mal gesagt, in der Coaching-Szene ist jetzt auch ein Riesenaufruhr, ja, weil die Leute letztendlich, ja, merken, dass ihnen die Kunden weglaufen, weil sie gar kein Geld mehr haben, mehrere 10.000 Euro für ein Coaching auszugeben, ja. Das muss man sich, ja, einfach mal vergegenwärtigen. Und da bringt es auch nichts, wenn man die Leute anpammt und sie als Loser bezeichnet oder als arme Schweine, ja. Ich sage es euch immer wieder, ja, guckt mal, wie die Kanäle, guckt mal die Reaktionen an der Leute auf bestimmten Kanälen, ja. Das will ich euch nur mitteilen, ja. Das ist schon mittlerweile echt panikartig, ja. Da wird Panik in Wut und Aggression umgewandelt, ja. Und das ist immer so wie, ja, ein angeschossener Löwe, ja. Da müsst ihr euch das vorstellen, ja. Da gibt es ja so Platzhirsche, gerade in dem Consulting- und Beratungsbereich, ja. Ich nenne jetzt keine Namen, ja. Aber die Leute sind ziemlich angepisst, ja, weil ihnen die Leute jetzt wegbrechen, ja. Die können sich das gar nicht mehr leisten. Und du hast natürlich eine Riesenmaschinerie hinten dran. Du hast deine hochpreisigen Bürogebäude, du hast deine Leasingflotte, ja. Du hast dir deine Audemars-Piquet gekauft, ja. Aber hast nie mit diesem Rückschritt gerechnet, der jetzt kommt, ja. Und das ist immer so, ja. Ihr müsst einfach immer, wie soll ich das euch sagen, ja. Ihr müsst einfach Rücklagen bilden. Ihr müsst einfach auch mal an schlechte Zeiten denken. Und nicht zu forsch sein, ja. Es gibt einen schönen Spruch, also ein Berg, den ich nicht beschauen kann oder den ich nicht komplett überblicken kann, den besteige ich erst gar nicht, ja. Das sind alles so hilfreiche Hilfestellungen, die ich euch mal an die Hand geben möchte, ja. Damit es euch nicht so ergibt wie manchen Coaches oder manchen Firmen, ja. Und schauen wir mal drunter, wer unter diesen Pleitefirmen ist. Also welche Branchen sind von dieser Pleitewelle betroffen? Das sind natürlich Bau-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Und da fallen natürlich auch Coaches rein. Und gerade YouTube ist ja auch ein Medium, was stark von Coaches genutzt wird. Ja, und da wollte ich euch auch mal einen Einblick geben. Denn achtet mal auf die Videos der Leute. Leute, es wird immer angespannter, ja, man sucht neue Vertriebspartner. Ich habe das immer gesagt, ja. Ich habe das Unternehmen auch immer gesagt, das war schon bei C so, ja. Jetzt ist die beste Zeit, jetzt habt ihr mehr Zeit, prüft eure Lieferantenverträge. Ja, das ist doch, das ist jetzt die beste Zeit, um Geld zu sparen in einer Krise. Haben die Leute nicht gemacht. Haben die Leute nicht gemacht. Sie haben gedacht, ja, ich mit dem Herrn Meier, da gehe ich schön golfen, ja. Und mit dem haben wir schon seit zehn Jahren immer schöne Geschäfte gemacht, ja. Das führt zu nichts, ja. Das geht ja um dein Business. Das geht ja nicht um persönliche Befindlichkeiten. Das verstehen die Leute gar nicht. Dann zahlen sie zu viel Geld für eine Dienstleistung, Beispiel im Recruiting. Dann wird zu viel Geld bezahlt, ja. Und nach Feierabend fahren die Leute beim Discounter, beim Aldi einkaufen. Nichts gegen Aldi. Ich kaufe auch beim Discounter, ja. Aber ich meine, so ist es ja. Ja, das ist also total, total bekloppt. Das ist total Banane, ja. Das ist dieses Verhalten von den Leuten, was sie da an den Tag legen. Ja, liebe Leute, das war es an dieser Stelle, ja. Ich habe diese Woche noch einiges vor. Und, ja, ihr seht, ich bin immer unterwegs. Und hinter mir ist auch schon alles Solar, ja. Hinter mir ist auch eine E-Ladesäule, auch wenn ich die nie nutzen werde, ja. Weil ich kein E-Auto fahre und mir das auch nicht über die Schwelle kommt. Aber es ist anderswo doch sehr, sehr fortschrittlicher schon als in Deutschland. Vor allen Dingen sehr vieles läuft schon digital, digitaler, ja. Also, in diesem Sinne, macht's gut, Leute. Habt eine gute Zeit. Wir sehen uns schon sehr, sehr bald wieder in einem weiteren spannenden Video. Ich bin wie immer raus. Ciao, euer Alex. Ich bin wie immer raus. Ich bin wie immer raus.